Hallo 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 Hi Chat Na Leute seid ihr gut drauf? Heute wieder Oh mein Gott Hi Chat Na Leute seid ihr gut drauf? So Ja Heute wieder ein bisschen Fortnite Erik mit Co Warum funktioniert meine Hotkeys nicht? So So Alles klar So Passt Gott Jetzt Passt Gott Jetzt Bitte Fresse Mathis Gib gleich Gibt gleich Timeout Ne? Also Hallo? Fresse Mathis Ja Mathis Ja halt's Maul jetzt der Junge Mathis war schon wieder frech zu mir Oh scheiße ich hab nur Huch Erik Hallo Ja Hörst du mich? Ja Geil Endlich Shit Ham Hast du das Soundbot gehört hoffentlich? Ja Ja Uwo Und wie kann ich jetzt das mit dem Controller machen? Warte kurz Perfekt Warte Ja Ja Uwo Intermelee gerade Fortnite auf PC Mach Warte kurz Mach nicht bitte 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 Ne mein ich immer das ist wie jetzt bei nem Job Äh Erik du musst Gib mal Gib mal auf Äh Internet Jetzt kommt jetzt kommt ein Tutorial für euch alle Mach's am besten über Google Chrome Hast du Google Chrome? Jaja Ich nutze immer Chrome Warte kurz Dann geh auf YouTube Geh auf YouTube Warte kurz ich bin noch nicht Ja Ich muss kurz meinen Stream Titel ändern So Dann gehst du Jetzt geh ich auf YouTube Ja Dann gibst du ein Controller Ähm Im Stream anzeigen PS4 Und dann nimmst du am besten gleich das Erste und der Warte ich send den Link kurz in meinen Chat ok? Dann kannst du den gleich So für die Leute Ja Und jetzt ist der Erste mit dem roten Controller Controller im Stream einfügen Dann ist das so ein OBS Zeichen Äh Controller im Stream anzeigen lassen Heißt der Titel Controller im Stream anzeigen lassen Ausrufezeichen Ausrufezeichen PC Ja genau Und dann gehst du in den ersten Link Und dann bei dem ersten Link Und dann einfach befolgen Seite hier Ich mach's mit Und was muss ich jetzt machen? Warte So dann gehst du da hoch Ähm Warte kurz ich muss kurz was machen Der A Cutter Game Krawala Gaga Irgendwas Heilige Scheiße Was ist denn das denn? Hier steht irgendwas Der A Cutterling No Gamepads Connected Press Any Button Any Bill Ja du musst einfach auf den Controller Ehm Knopf drücken Habe ich Och Matt ist Ekelhaft also Ja was muss ich jetzt machen Wenn ich den Knopf gedrückt hab? Ja Dann wird ja oben sowas angezeigt Die Leiste ne? Ja So Das ist ein Xbox Zeichen Jetzt nicht Ja dann gehst du einfach auf Ähm No Dann geh mal auf No one Dann gehst du auf Player 1 Ja hab ich Und dann müsste der Controller erscheinen Der Xbox Controller Ja du musst dann auf dieses Xbox und nimm White 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 sieht am geilsten aus Finde ich Playstation 4 White Hm Den hab ich grad mal Den Nest Was ist denn Nest? Alter S N E S Ja ich bin dumm Ah ja hier sind auch die einzelnen Knöpfe Ah ja hier sind auch die einzelnen Knöpfe Ich guck mir mal das erstmal kurz alles durch Ja warte ich kanns ja erzählen Ja Und dann gehst du einfach Wenn du den Controller hast Auf die drei Striche Was für drei Da Generate URL Dann musst du nochmal den Skin Dann musst du nochmal den Skin auf diesen PS4Write Controller machen Äh ja Dann kopierst Also ähm Hältst die Linke Maus das gedrückt Und Hältst die gedrückt Und markierst oben Den Link Okay? Hältst die ganze Zeit gedrückt Und drückst dann Strong Und C Beides gleichzeitig Okay? Ach die ganze Zeit gedrückt halten Ja die linke Maus die ganze Zeit gedrückt halten Dass es so markiert ist Und dann drückst du Strong C So markierst du das Ach so Dann gehst du auf OBS Warte ich kanns mir ja bei dir im String Wie geht das? Warte ich guck's mal kurz hin So ich hab's jetzt gemarkiert Und String C nur drücken Da zeigts nicht an Da zeigts nicht an Ach so So und jetzt String C drücken Und dann OBS rein Ich hab schon lange Strong C gedrückt Schon 20 Mal So und dann in OBS rein Dann bei der Zähne auf das Plus Browser Neuerstellen Dann Wo steht hier Browser bei Szene? Hier C sind Zufügen 3 Nein, nein, nein Nicht bei Quellen Du musst bei Quelle Geh wieder auf deine richtige Szene Wo du streamst Ja Dann gehst du auf Quelle Plus Ja plus Dann Browser Genau Nimmst du einfach einen neuen Browser Erstellen Okay Dann drückst du auf Okay Und dann musst du den Link ganz oben bei URL musst du löschen und deinen einfügen mit S, TH, G und V Und dann auf Okay Dann kannst du dir das einrichten Kann ich auch einfach so machen Zack da rak Bats Kopieren Jetzt hab ich zwei Controller bei mir drin Hehehehe Badababum Ich entferne einen wieder Ja Und Entfernen Ja Okay Hier Disconnect Controller Ja und dann muss Und dann kannst du dir den hinschieben wie du willst Den würde ich jetzt gerne Wie kann ich den nehmen? Wie kann ich den verschieben? Drauf tippen einfach Drauf gehen und schieben Du musst den Controller rot haben Den Controller musst du rot haben Ja ja hab ich jetzt ja So Mach den kleiner Junge der ist viel zu groß Hab ich jetzt ja schon Ja so ist perfekt Ja gut okay Und dann äh Und jetzt kannst du einfach auf Fortnite gehen Ja jetzt Kannst einfach auf Fortnite gehen Guck ich mal auf mein Handy auf das Ach Mathis wir renovieren gerade mein zweites Zimmer Nice Mathis Ach von Jochendaz oder was? Ich denk mal ja oder? Ich hab noch Von Jochendaz Äh darfst du dann Ich muss doch mal kurz meinen Pommes erländern Ganz kurz Ja mach ruhig Äh Mathis du kannst äh Kannst du dann auch mit ins Fortnite zocken? Auf dem PC oder Theoretisch ja Schreib mal ein Chat Ich müsste mir eigentlich Da fanden die von meinem Vater ranholen Da sehe ich wenigstens mein Chat Nein, 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 nein. Ey, Eri, das Erste, was wir machen, und wir haben hier früh mein Geschenk auspackt, Digga, das Erste, was wir machen. Ja, gut, das ist dann... Digga, wir gehen erst mal live und machen das mit meiner zweiten Bildshow. Sonst krieg ich wirklich die Motten. Was ist jetzt eigentlich mit Jorn? Wo bleibt denn der? Ja, keine Ahnung. Muss gucken. Also, du besorgst dir auf jeden Fall ein Headset und du kannst dann auch deinen Controller anschließen. Mit einem USB-Kabel. Aber musst halt ein Altus haben, so. Der zweite der Zukunft, bitte mal den Shit schreiben, danke. Ja, dann würde ich sagen, lass mal ein paar schlige Runden zocken, oder? So kurz. Äh, Mathe, schreib mal, ob der Desktop-Sound zu laut ist. Bitte. Ich finde ihn extrem laut, ich mach... Also, der Fortnite-Sound... Äh, ich mach ihn nicht auf. Sie, bisschen leiser. Sound-Defekt hat die, bisschen leiser. Ja, ist schon besser. Okay. Hm, solange Jorn nicht draus, machen wir auch schon von Lügen. Ach so, mach mal. Whit. Jorn hat mich eingeladen. Warte mal, ich geh mal in seine Gruppe, chill. Ja, ja. Ich lad ihn ein, ich lad ihn ein. Ja. Was willst du? Einfach nur so. Ich will nicht mehr über den Chat. Was? Er hat keinen Bock über den Chat. Ich will nicht mehr über den Chat. Ich will nicht mehr über den Chat, das war. Mach doch mal lautstwäsche aus, du Bimbo. Warum? Was ist? Ich weiß es trotzdem. So. Leiser gemacht. Mattis, Mattis kotzt gerade Tapeke ab. Oh, da war alles drin, ja. Mattis, der Bauarbeiter. Mann, wenn du gerade gejoint bist, stellt sich das immer um. Ich höre immer noch nicht. Ja, er wird gedauert. Okay, wir fahren mit der Lippe an. Mattis massakriert gerade seine Wand. Ja, okay, dann let's go. Schöner Hintern, Mattis. Schöner Hintern. Okay, weiter geht's. Wir haben uns einen Chat geschrieben. Wer, äh, frag mal Jörn, ob er mir zuguckt, ob er, äh, als Wetter kann. Jörn, guck mal mein Stream. Ich hab sein Auro. Am besten mach jetzt noch Werbung bei mir im Stream. Wie viele Zuschauer hast du? Ein. Ich hab zwei. Oh mo. Und zwei likes. Wie many likes you have? Zwei. Ich auch. Sag's jetzt. Wenn Jörn noch likes, hast du was? Was ist denn drei? Achso. Jörn kann ich liken, Timo. Was ist das? Hä, doch, ich rede an's. Timo, guck mal, ob man mich hört. Ich hab drei Leute. Oh. Was ist mo jetzt, ne? Achso, warte mal. Ich muss mal kurz in OBS rein. Dann muss man mich in die Tür. Ja. Das war Karma. Alter, wie kann ich nochmal jetzt dieses mit dem Mikrofon umstellen? Plus? Bei Quelle auf Plus, ne? Nee. Dann hat die Verkündigung. Dann noch Audio, Aufnahme? Warte mal kurz. Man hat gar nix bei dir im Stream, Erek. Ja, ich weiß. Deshalb sollst du mir auch sagen, wie ich das finde. Window, also OBS. Ja, bei OBS bin ich schon drin. Einstellungen, Audio. Wie Einstellungen? Ja. Einstellungen, Audio. Und dann Mikrofon, AUX Audio. Unter dem Desktop Audio und Desktop Audio 2. Da musst du dein Mikrofon halt reinmachen. Dann hast du es. Ein Mikrofon, AUX Audio 1 oder 2 oder 3? Ein normales, normales. Also nur AUX Audio. Ja, und jetzt? Auf dein Mikrofon halt, was du da hast. Ja, ja, okay. Und jetzt auf Übernehmen? Ja, und dann müsstest du es haben. Das musste ich halt auch nochmal machen. Natürlich guck kurz bei dir in den Chat rein. Wir laden jetzt nicht tettet, weil ich kann jetzt nicht gucken. Rät einfach mal ein bisschen. Hallo, 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 hallo. Warte, warte. Hallo, 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 hallo. Land war? Hand das? Was? Ja, komm, Hand das rein. Ja. Mann, hört dich noch. Hört dich jetzt, Erik. Das musste ich heute auch nochmal machen. Ach du Scheiße, besten FPS-Drops, EO-West, 95 FPS. Baba. Ich hab gerade mal 120 FPS gerade. 130. Ich hab alles auf niedrig. Außer Qualitäts-Einstellung. Das hab ich auch frei. Ja, gut. Krieg ich eine Waffe? Ja. Tactical? Kann sein, dass die Server ein bisschen legt. Einer, Kid. Digga, die Server legen kann das sein. Ja, ich wusste, irgendeiner hat geschossen, deshalb hab ich ihn schnell gekillt. Hab verhörter. Ja, ich geh hier hinten hin zu dem. Das Ding, ähm, was geht hier noch an der Kiste? Ich hab auch eine Schnapschnappe, by the way. Bei mir sind diese Viecher, könnt ihr kommen? Ja. Ah, du Abstauber, voll die XP. Ha! Oh, ist das laut, warte mal ganz kurz. Hat jemand ein P-Money? Nee. Oh, nee. Hab genug. Hat jemand P-Money? Frag mal, oh, hinter uns Gegner. Yo, Aim-Bot. Einer noch. Meiner, meiner. Der andere ist meine. Meine Erik, was da über! Jo, ich hab einfach nur ein Quickscope. Ja, und der zwei Hits? Oh, ich hab ja einen Sniper. Der letzte von dem Typen ist meiner. Das ist der Stress. Ja, dann. Ey, der ist mein Sniper. Das ist der One-Shot. Sag, Jo, das ist meiner. Hab ihn. Ja, Timo, ich hab davon drei Gold. Oh, der Loot ich halt, ne? Ist mir doch egal. Ja, ich weiß, aber ich hab drei Gold und drei Gold und einer kam da noch. Timo. Ja, ja. Ja, dann wird alles zusammengehend in die Qualle. Ich kann mir kurz ein Mini. Äh, Dings hat jemand Sniper, wo ich auf drei Schuss. Weiß ja nicht, denn. Ja, und komm mal, ja. Danke. Noch nicht? Jetzt. Nice. Jo, ein Timo hat mir schon gegeben. Alles gut. Mal kurz in den Chat gucken, ob um was los ist. Wer ist Erik auf YouTube? Ich hab als Zuschauer hier schon wieder. Äh, Erik heißt, ich schreibe mal in den Namen. Ähm. GUNTERTV? Alles gut. Warte, ich mach. Warte, warte. Halt, du wollen mich. Günther. Der Zeichen TV. AtGüntherTV. Also, ich hab übrigens dafür Trickshots, Dings Impulse Mail. Das. Wie viele Kötz habt ihr? Hier, bei mir sind Gegner, Gegner. Ne, vier. Ich auch. warum haben wir gerade nur bots ja stimmt die spiele mit johann das kann ich dir geben ich hab zwar nicht viel aber da leitet da bei mir seiner meiner 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 johann kopfgeld johann auf die mitte auch wenn ich wollte ich brauchte diesen kill erik von filz johann ich hab für dich zwei bananen drei aber die andere da unten deine flachwürze sind auch immer ne ich weiß weil ich bin so lustig halt da wasser da ist ja kam auch schon mal da johann gönnen dann noch die bananen erik ihr kann doch sein ereignis ich auch wenn warum gibt es ja auch immer erik da kommt ja gar nicht ran also die johann hier so gut hört er dich nicht ne ja weiß ich ja ich gehe noch nicht nicht ist egal es war nichts richtig ist als war nicht so eine beleidigung oder man muss das wissen dass nicht richtig war also der quickscope kassiert des anderen todes erik hast du mein stream offen im anderen allerdings nein mach mal auf du kannst ja ein schneider seit gesagt hier johann ist das doch ich hab noch ich hab drei biggies hier für johann weil ihr sagt sagt man johann der ist für ihn und hier liegen bei mir noch für dich johann erik weiß was ich gerade gehandelt habe können wir grün aber ich nehme gerne eine blaue hast du hat jemand pamponi nicht viel ja timo wie viel aften du mit zwölf schuss ich hab zehn aber auch durch diesen einschuss gehen wir was ja also wärst du clever und höchst du mein stück nachkuchen würdest du sehen dass ich liebe ja wie du soll ich in deinem stück nachgucken ich habe meinen eigenen chat offen erik er ist das denn ernst erik ich war für johann sagt aber johann hat noch weniger er nimmt mit johann muss ich nehm ich nicht mehr wie viel geht habt ihr 5 Johann? Nein. Insgesamt sieben. Äh, 11 mein ich. Da bitte! So, hallo? Äh, warte mal, kann mir jemand andere fahren? Ja, warte mach ich. Könnt ihr bitte nicht so weit weg fahren? Ich hab Angst. Ey, hier ist ein Schiss auf mich. Oh, von uns auch. Von oben, Berg, Berg. Von, bei mir oder was? Da, 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 da. Da, der hat gebaut. Warte mal, ich mach ihn auf Gangster. Da kommt ein Auto, Johann. Komm her. Lock. Hab ihn. Der hatte diesen Handschuh, den Tarnhandschuh. Ich bin getarnet, ich bin unsichtbar. Erik, bei mir, Gegner. Ja, wir haben noch gesagt, da sind welche. Ich komm runter. Da, da, da. Ich schneid den so hart. Ah, also wirklich. Hier, 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 bei mir. Wir kommen. Bei mir sind zwei. Eine noch. Da, der Ben nur noch, da, der Ben. Hab ihn. Hat da einer von ihnen eine Man-Around-Sniper? Nö, aber weißt du, was ich hab? Ich hab die Tarnhandschuhe, ich kann mich gleich wieder unsichtbar machen. Ich mach mich unsichtbar. So bin unsichtbar. Dann helf uns mal. Dann helf uns mal. So, die hatte ich noch nie die Tarnhandschuhe. Aber ich kann halt nicht bauen und so, wenn ich nicht getarnet bin. Oh, da, Lena, ich geh von hinten rein ins Knie. Bei mir! Johann, bitte, hinter dir! Johann, du musst helfen! Johann, komm rein. Mach zu, mach zu, mach zu! Mach zu hinter dir! Johann, du baust! Johann, du sollst mich healen! Nehm dir, Eric, hinter uns. Johann! doch einfach mal sagen ich kann nicht bauen ja neben uns über uns ja ja ich habe Der hatte Schildbreak. Mann. Schau, Jolan, das ist so scheiße, dass du mich nicht hörst. Ja, Mattis, ich hab mein Chat gerade nicht offen. Warum geht der rüber zu Erik? So ein Bimbo, Alter. Rochus hat Schnauze, der, der dich gemeldet hat. Äh, was? Warte. Ach so, Mattis, der unbekannt ist ungewiss, ist Rochus. Also, nicht wundern. Und Rochus? Ich kann nicht langsamer. Für mich macht es ungewiss. Meine Ehre. Hallo. Hallo. Was ist denn? Warum bist du glücklich? Ich bin der Kameramann. Weil ich will nahe, weil ich hier keiner will. Hä? Hä? Ich bin mal in. Hä? Fünf Zuschauer, ich bin halt einfach fame. Ich hasse dich, Rochus. Dun, dun, dun. Hässlichste Kombi ever. Scheiße, es ging Contest. So, raus, 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 raus. Schickimicki. Du bist raus, Alter. Guck dich an, du hässlund. Entschuldigung. Was ist, Timo? Guck dich an, du hässlund. Jummi, ich hab gesagt, schickimicki zu dir. Ja, du bist hässlich. Und das ist auch schön. Ja, das geht hässlich. Auch hässlich. Scheiße, hässlich. Mehr. If you mess with me. Johan, komm auf her. Johan, komm her. Nein, guck mal, ich bin mit dem. Guck mal, ich bin mit dem Fernhof. Eric, guck mal. Ich bin mit dem Fernhof. Du und eh, du und Dings. Ich und Johan sind perfekt. Warte, ich bin mit dem Fernhof. Alle. Das ist voll der Ehrenmann. Dafür, dass ein Fake-Weiner geht. Ich und Johan sind fast perfekt. Was macht er jetzt? Haben wir den? Ja. Ja. Johan, musst du die Tonf machen. So, pack mein Mikro vom Fernsehen und. Halt, eigentlich, hier kommt jetzt die Kabelwirtschaft. Oh, scheiße. So, wollen wir hin? Oh, Mann, der Quali ist gerade ganz schön gedroppt. Gedroppt? Äh, ja, ich würde sagen, tiltet. Ja, okay, von mir aus. Mann, das nervst du, dass ich Johan nicht höre, aber warum? Äh, Raphaelsen, ich bin der Kuh. Ohne, Lukas, ja, was geht, Lukas? Zimmermann? Nein, nein. Raphael sind ne 10, der hat mehrere Accounts. Übrigens, ich bin gerade zu lange gewesen, weil man HZ, äh, ja. Nicht drüber reden. Was wollen wir denn, HZ? Äh, Lukas, hast du dann vielleicht Bock auf Skok? Oder Bock auf Kok? Loll. Hoffen, meine Schwester kommt bald. So muss ich mich sorgmachen. Ich bin schon eine Stunde zu spät. Ja, Main. Äh, ich gehe Main, äh, Fenster. Ja, okay, ich pass nicht. Jo, ich riss dich doch mal an. Das Fenster hier. Scheiße, bei mir sind die Gegner, die haben eine Waffe und ich nicht. Ja, hallo, ich nehme mal das, ich nehme mal die nächste Tür. Hallo, ich bin auch schon wieder da. Also die Leute, ich wäre jetzt nie mehr Main, ne? Ich hatte keine Waffe, ich musste da weg. Joon, bei mir. Komm, komm zurück, ich komme zurück. Hier mich, hier mich. Joon, hier mich, hier mich. Hier mich. Hier mich. Junge, ich hasse es. Warum hört ihr mich denn nicht? Ich glaube, ich safe locket oder so. Ich meine, ich hätte das zu nah an mir dran. Ich kann es gerade aber nicht ändern. Warum habt ihr alle eine... Ey, Erik. Junge, ich habe die normale Hater. Die Tech ist meine. Ich habe eh schon eine. Ja, aber kann ich bitte... Ich habe Timo, sei einer, hat er gesagt. Oh ja, die Geierin. Das will ich genau durch den Weg. Kann ich bitte die Tech-Money haben? Timo, gönn dir einfach mal das Mad-Kid. Ja, hat immer Tech-Money. Ich habe keine. Ich muss selber, ich habe nur zwei Schuhe. Okay, ich kann die zwei Schuhe geben. Hey, mal hin. Jetzt habe ich aber auch nur das Magazin und dann null. Also ich habe acht Schuss. Und du? Ich habe auch ein ganzes Magazin. Ja, nicht. Ich habe mich nicht, Leute. Hier, Johan, komm her. Timo, hier, gönn dir doch die Minis. Da wird mir abgestaubt. Ich glaube es nicht. Ja, unbedingt. Danke, Ehre. Hier. Timo, ich gehe runter. Ich hole den. Oh fuck, nee, der ist über der Scheißtreppe. Natürlich durchs Fenster. Jetzt noch mal. Schönes Ding. Johan, hinter uns. Johan, wieso geht der auf mich? Du stehst doch vor ihm. Egal. Gut, gut, gut. Versuch. Versuch einfach zu gehen. Okay, meine Schwester ist da. Nein, bitte kommt nicht in mein Zimmer. Hoffnung. Okay, sie kommen nicht rein. Nein, die kommen vielleicht doch rein. Gefährlich, gefährlich. Scheiße, schreie. Erik, mein Mathis. Melde einfach hoch. Was ist? Erik? Erik. Der ist halt jetzt gestürmt. Ich kann gerade nicht reden, okay? Ja. Ich kann gerade nicht reden, okay? Ich bin wieder da, Leute. Hör doch mich? Ja, ja, wir hören mich. Erik, was ist halt einfach rausgemeldet? Ja, hab ich gehört. Super-Affe hat's verdient. Der Affe hat's verdient. Hör doch mal rausgemeldet. Du viel in den Tranta-Bastern-Neef-Bast. Nein, man ist wahrscheinlich russantig oder wat. Hallo. Nein, ich find's so dumm, dass Johann mich nicht... Ja. Ich find's so dumm, dass Johann mich nicht hört, ne? Hä? Ah, ist einig. Kreativ? Kreativ-Modus ist eingestellt. Ich, ich schwöre, ich hab einfach nur auf bereit gedrückt. Ja, ich hab jetzt drauf, dann lass ich jetzt mal ein bisschen kreativ zocken. BAE-Map. Ja, am besten. Wann bist du denn drin, endlich, Timo? Ich bin schon drin gewesen. Ich hab bloß wieder... Ah? Kannst gucken, ich hab streamen geguckt. Ich hab streamen geguckt, kannst du gucken. Ja. Chat geguckt. Ja, ist mir egal. Wir sind wahrscheinlich eh gleichzeitig immer drin. Ich bin aus Versehen in die Insel gesprungen. Mitten im Köpfer. Okay, jetzt hier hat es halt echt einen Nachteil, was die Ladezeiten angeht. Opfer. Mach schon mal den Disrespective Mode rein. Digga, Timo, tanzi nicht die ganze Zeit ausgespaßt. Timo, digga, Junge. Ich block dich überall, wenn's weitergeht. Ja, okay. Digga, Timo, ich wörf, ich block dich überall. Ey, guck mal, Erik, deine Freunde haben die Männer, die Chinesen. Ey, ich hab mich gar... Und weg. Warte, hat man das wieder in den Chat geschrieben? Stimmt nicht. Was stimmt nicht? Oh, nein! Das hat vorhin schon so lange gedauert, wo wir Moritz... Mh, was hab ich denn für ein Ping, Alter? Mach schon mal. Ping, hör, der zum Baum. Nö, ping. So, okay, wir machen mal wieder mit zwei Sniper. Äh, ohne Grabbler. Steinschuss und AR oder halt Diegel. Äh, warte mal ganz kurz. Wenn ich wieder so schwitze, wie gegen Timo, dann hab ich vielleicht sogar ne Chance bei allen gegen alle. Ich geh jetzt raus hier. Ja. Ich baue mit Holz. Timo, Johan hat schon lange gesagt, der baut mit Stein. Johan baut mit Stein, Timo. Er hat schon ganz lange gesagt. Muss ich? Dann nicht. Johan? Ach, äh, Timo. Ja. Johan, es geht noch nicht los. Dann baue ich mit Metal. Ja, Timo, Johan baut mit Stein. Er hat schon ne Weile gesagt. Dann baue ich mit Metal. Ja, ich baue mit Holz. Aber eigentlich weiß jeder, dass Stein mein Dings ist. Junge, Timo, Beanspruch ist nicht für dich. Wer zuerst mal, wer zuerst mal machte. Ach nee, Lukas. Ach nee. Gar kein Bock. Hä, ist doch, ist doch kein Problem. Nee, Digga. Ja, aber wenn ich. Kann das Bier schon kommen. Ja, da mal auf Mosterstatur, Digga. Na, ist doch, Junge. Du, guck mal. Umso besser kannst du dich einspielen. Ja, trotzdem, Digga. Hallo, es geht noch nicht mal los. Ich hab auch keine Chance gegen dich. Ich hab, hätte ja, sag nochmal, Johan, es geht noch nicht los. Hallo, ich bin noch nicht mal eingefallen. Ich hab noch mal. Hallo, Erik, sag Johan, es geht noch nicht los. Johan, es geht noch nicht los, hab ich noch gesagt. Ach, Digga, ja, toll. Wie es war. Ah, Hund geht schon los, Johan. Der Schießt, aber, pfff. Ich hab dir so einen schönen Hund. So, jetzt kannst du losgehen bei mir. Jetzt bin ich froh. Wer kommt hier schon mit Metal? Metal ist meins. Lukas und ich bauen einfach mit Holz, beide. Easy. Easy. Das einfach nach jedem Kill easy sagen. Wann kommt denn Lukas Spielchen? Jucki, ich wollte eigentlich auf dich schießen. Warte mal kurz, Erik, bitte. Das hier, perfekt. Ja, Digga. Klar, ein Schlechtheit ich kann man schon nicht sein. Soll ich runter. Ja, ich muss nicht stumm. Ich bin ja so eingedrängt gewesen. Junge, was hat er denn gemacht? Sonst wären so Null-Hits. Ja, Digga. Lukas wettet mehr als mein Graal, Alter. Ja. Das war's. Ich hab Jörn grad so einen Shit-On gegeben, dass wir's mal sehen müssen im Stream. Schade. Lukas schon Spielschut? Nee, immer noch nicht. Hat's immer noch nicht hingekriegt. 187, natürlich. Dann wird mal wieder kein Swannetter. Nein, ich wollt einfach nur, weil du Shit-Brack hattest dich holen. Fuck. Nein. Hä? Ich geb dir wirklich 198. Nein, das wär so nicht 200er gewesen. Ich hätt wirklich Shit-On gerufen. Ja, moin, ich höre ihn durch die Woche. Ich bin einfach so ein Cheater. Ah, Shit-On Kids. Oh, Mann, Shit-On. Nein! Nein, Erik. Oh, mein. Digga, wenn du mir den abschaufst. Och, fuck, ernst. Mann, mein Pump ist nicht zu lang. Ich muss mir irgendein Cheater runterladen. Warte, das ist, äh, nicht ernst gemeint. Ey, Digga, ich mach doch auch nicht mal was, ich, äh, nicht mal was geschossen. Also, ich hab geschossen, aber... Mann, fällt da eher hinter die Jorn. Ja, okay. Ich Shit-On grad A. Hallo, Digga. Ich hab grad übrigens Lukas auch einen Shit-On gegeben. Du kannst mal Shit-On einblenden. Warte. So. Shit-On! Wurde Spielweg angeschmissen. Mann! Zeit von hinten zu, Komma. ich will jetzt nicht so tun als wäre schlimm für mich aber ich werde von einem eingeschossen ja ich habe er hatte von mir hilf ich habe auch ganz sagen dass ich eigentlich mit jemanden halten würde ich schon lange gekehlt johann auch luka luka staubt mit johann so hat aber jetzt ist ein 198er von mir und wird von überall geschossen Digga, ich hätte das nicht mal rausgekommen Junge, Junge, ich sag doch... Junge, das ist so ehrenlos Ich sag, warte, warte Sogar zweimal! Shit on! Shit on! Shit on! Nein Nein, das war kein Shit on Du musst zwei Attacke holen Hatte 110 von mir Junge, du geb ich euch eigentlich nur so Low-Hits Okay Digga, ich muss zu wohnen gewesen War das mal ganz kurz, ich muss doch die Team gut weg Also ich bin nicht weg Meine Pamp, weil sie nachmachen muss Mich kurz nicht abknallen Ich wurde mit am wenigsten eliminiert, gell? So bin ich wieder da Ich könnte mich wieder abknallen Ach ja, Digga, er spielt mit Skar Ah, so ein ehrenloser Ich bin auch mit Skar Was? Sag mir das doch, ich bin blauer, ja Man, Erik, hör mal doch mal so übersteuern, Alter Für vorhin kam einfach nur Wegen dir ist vorhin mein Vater gekommen, ne? Wegen dir? Ja, 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 ja Du hast schon in deinem Drecks hetzig gebrüllt hast Ich hab nicht gebrüllt Ich hab gerufen Ja, Digga, trotzdem Das wird so übersteuert Ach ja, Lukas, Digga, so ein Scheiß auf ein Kiwi Digga, du bist aus Saufersweated Ja, aber ich zock das nicht 27, 24, 27, Digga Ne, Lukas auch nicht, ja Timo, äh, von Johan, du bist ehrenlos Wieso bin ich ehrenlos? Keine Ahnung Frag Johan Johan, wieso ist er ehrenlos? Hä, wieso? Ich bin doch nicht mal tot Ich hab' immer noch meine schönen 35, okay, jetzt nicht mehr Du bist da mit meinem Himmel gestorben Warte kurz Ja Mach es einfach, mach es Von wem hast du das? Warte kurz Warte Von dir? Von dem super Ehrenmann Erik Was von der 10er, wo ich auf den Hedger, auf den Hedger war Oh mein Gott, nein, das hab ich knapp Er hat mir den Gott abgestoppt Ghost, Lukas, ne Das wir, das, das, das kostet jetzt Das kostet 3,50 Minimum 3,50 Ich könnte auch 2,50 werden Mach mich ein-Türteln Alter, Erik, so ehrenlos Ja, das ist wirklich ehrenlos Was ich mache Ja, Johan, guck mich mal in meine Richtung Egal, ich hab die meisten viel zu kriegen Oh, Fehlbrück Nein Ja Ja Ich hab schon wieder 5 Zuschauer Ich bin halt so fehl in Kappe 5 Leute Ich bin 8 Minuten live Ja, Mann Ne, seid Kürzlich Leute, ich bin, mich kurz nicht killen Ich bin kurz da Mich auch nicht, bitte Ich guck kurz, äh, mein Chat Sag das mal, Johan, bitte Mich nicht killen Johan, nicht Timo kurz killen Der guckt kurz Johan kann nicht anders als rumheulen Äh, du hast kreativ nur was reingemacht Äh, Pfff Wartes Äh, Krise Timo Was, was, was Äh, nichts, nichts Alles Gute Direkt Egal Ist doch, Magda Ist doch spaßig Ist doch Nein, 180 mit der Steini Jaaaaam Timo, bei mir steht im Titel Jaaaaam 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 Loool Ich seh, ich, Erik, guck mal Zoom Hast du mal Zoom auf dem? Ne, ich kann gar nicht Ich hab, äh, dahinter war doch so, diese, so ne Karte, ne? Ich hab die einfach nicht gesehen, weil diese Karte im Weg war mauuah nossos Ich hab' gut und freier ..... aber auch Warte mal, können die mich mal Tod die abschneiden ich würde mich gern einbilden noch nicht also du hast du hörst das herrlich das bin ich kommen wir mal kommen wir aus raum raus hier auf jeden fall den kann ich so gut den trainer ich kann ja mal zeigen dass ich ein profi nicht recht bin also bei mir hat es gerade über clean geschafft ich zeige euch mal mein zweit komm ich bin so legende im zweit wo ich war wieder lukas ich bin ich will nicht ich bin ich bin zufrieden mit dem körper der schütter ist aber auch wenn er die feuer oder sowas lukas hat minus 100 hier spieler 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 mit augen die lukas ist so ehrenlos der ach ja die gar natürlich tut wieder alles weiter Shittan! Hier ist es? Ich hab alles leer bei mir, alles! Mann, Diga! Hier wirklich nur auf mich, Kai, jetzt soll er nur so. Hier wirklich nur auf mich. Das ist so ehrenlos, Nebyspawn. Jawohl, wir geben uns einfach gegenseitig ein 198er. Ich hab Lex ehrenlos, wenn er mich killt. Timo, gegenseitig ein 198er. Ja, hab ich gewährt. Ich hab mich so verarscht gefühlt. Johan, du bist gleich tot. Ach scheiße, der ist doch knapp. Wie bin ich denn da hochgekommen jetzt auf einmal? Hallo. Tschusch. Ja okay, was soll man dagegen machen? Digga, Lukas ist so ehrenlos, Alter. Der Dietwurf nicht hier ist. Jetzt tust du einfach. Lass votekick machen. Wie geht das? Geht gar nicht. Geht nur um GTA. Ja. So ein Abstabler, Digga. Lukas hat von mir Schildbreak. Der gönnt sich schon wieder! Erik! Timo, lass mich! Timo, lass mich! Ich komm mit, damit ich den Key nicht bekomme! Johan, vorhin ging Lukas Team! Ja, wir Team gegen Lukas, Digga. Er gönnt sich die ganze Zeit. Ne, ich müsse mir jetzt auch, Alter. Lukas, wir Team gegen Lukas. Wir Team gegen Lukas. Wir Team gegen Lukas. Team gegen Lukas. Wir Team gegen Lukas. Wir Team gegen Lukas. Ach Junge, was ist so... Bin ich gemutet? Bin ich gemutet? Hallo? Nein, du bist nicht gemutet, nein. Ich bin Gott, das Ding gegen Lukas löst. Ich bin ein. Boss, ich bin 3 ober, oder? Ich bin 20-1950. Vielleicht ist das in 4 Stunden. Timo, ich bin 500-härg. Ich wurde das in 5 Stunden. Ich bin 40-11-40 oder? Ich bin 50-50. Ich bin 62-20. Sorry, Erik! Untertitelung. BR 2018 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 Ja, natürlich seine Sinn. Meine Pumpschieß soll natürlich wieder langsam als sein ist auch wieder klar. Ja, egal. 44er Headshot. Ich hasse meinen. Hallo, bin wieder da. Junge Bärschi. Ja, Mann. Ich dir, du sagst gerade, ich bin wieder da und dem Moment gewisse Headshot. Das kannst du respawnieren. Ja, respawn dich, respawn dich. Alles gut. Meine Papp, meine Diegel und meine Air haben nicht geschossen. Leute, ich bin gut. Schon wieder? Nein. Nein, ich bin nicht muted, aber ich bin gut nicht auf Fortnite. Warum? Ja, ich nehme doch mal einen anderen Controller rein. Digga, es ist aber auch schon wieder lächerlich, ne? Ich kann doch theoretisch einen Playstation-Roll-Controller reinmachen. Bloß den hab ich wohl nicht. Jaaaa! Nee, nee, der ist schon am Geil. Erik, du kannst jeden Controller reinmachen. Das hat der dann angezeigt, den du haben willst. Ja, aber ich habe keinen Controller da. Ey, du kannst aber auch den Xbox-Controller reinmachen und dann wird dir nur der Xbox-Controller halt angezeigt, ne? Das weißt du schon. Nee, wirklich. Nein. Na, egal. Ach ja, so lucky. So, jetzt bin ich wieder da. Wart mal kurz. Wer wohnt in einer anderen? Das ist ganz tiefe mehr. Timo, Bimbo. Ey. Timo, Bimbo. Timo, Bimbo. Timo, Bimbo. Hört mal in einer Shit-On. Timo, Bimbo. Hört mal in einer Shit-On. Timo, Ame nach Köl-Kom. Ame nach Köl-Kom. Oh, ich wollte in der Shit-On nicht. Oh, Shit-On! Shit-On! Egal! Egal! Ich hatte schon Hits. Ja, aber Digga, ich wurde die Sandwich, deswegen. Jetzt hat die Ohren mir ein Shit angegeben. Ich hatte null Hits. Warte, kann ich mir nochmal ein bisschen einbilden? Ach Digga. Ey, weißt du was ich nicht verstehe? Eher wie Plays to Ball kann ich natürlich schneller schießen als ich, obwohl ich manchmal was mache. Und der Skat trifft wieder übel gut. Komm mal runter, mein Junge. Einer von euren Dock hat hier... Ach, die Ohren scheißabstauber. Ach du Scheiße, hast jetzt Sinn ja. Digga, ich hab ihm minus 120 gegeben. Ich's weg. Ich auch. Ja, Timo stimmt auf. Hä, jetzt will ich ihn auch nicht. Timo, wollen wir gleich noch watch together? Später? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, weil ich wurde gestern gestrackt, deswegen. Botkapper. Ja, Lukas, komm. Du bist halt Ehrenmann. Also Digga, wir haben dich nur gekickt wegen hier. Also gekickt haben wir dich ja nicht, aber gegen dich geteamt wegen hier. Du kannst nochmal reinkommen, aber dann wollen wir hier spielen. Fische. Also wenn du Bock hast. Viele Fische. Wenn du überhaupt noch Fortnite fisch. Viele, viele Fische. Oh Scheiße. Ich war so von der Statue von dir im Hintergrund. Ja. 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 Erick, von Tula. Ja. aber ich bin ohne bei uns das ist ja ich habe nur noch ein fahrt und dann lasst mich das wenden ich habe einen stein schutz musste nachladen ich muss mir jetzt noch mal einen waffakon liegen ich bin auch live natürlich bei jacob wäre es nicht drauf natürlich so lucky wie kann ich jetzt hier die die machen was für bingo bingo mozbe futz die das ist so eine karte warum gibt er immer wieder immer 296er ich geborent abnötig herumgepüsten kann ich bin nie so ne HIGH-HILLS. Why? Natürlich auf Rage trifft wieder alles andere als weiß ich was 66er! Geht das beeutelndes Geron rein? 66er! Ich geb ihn im Nahkampf 66er! Gib mir so ne HIGH-HILLS. Digga, was ist denn das? Ja, mach doch! Ohne Grubbler, wer auch immer hier mit Grubbler spielt! Sorry! Hallo, bist du bekloppt mit MP? Hier! Dinger! Ja man, ich werd schon wieder gesandwiched! Geil! JUNGS! Leg die MP weg! Moritz legt, nein ihr teamt nicht und legt die MP weg! Sofort! Legt die MP weg Junge! Junge! Checkst es mal! Ohne MP und ohne Pistole! Ah eher! Diegel oder Steinstuhl! Was ist denn das? Was ist denn das? Das machen wir schon über 10 Jahre so gefühlt, alter! Lass mich doch mal die Waffe da nehmen! Heul doch jetzt hier rum! Ja ne, das ist einfach dumm! Du weißt ja, du musst du nicht dumm! Das ist dicker, Mann! Es fack ich so ab, meine Hitze! Da gibt's wohl ne Tegel, du Blindi! Hier! Hier, du Ommo! Hier, irgendwo! Ja, Johann! Digger, Johann ist so ein Ehrenloser! Mann, guck mal wie lost Johann ist, Digger! Du hör auf zu lachen, du Bimbo! Hier, du Ommo! Heihe, Tateo! Hallo Johann! Heihe, ist er dummig! Keine fucking Ding! Heihe, also, äh, links Zusatz! Wo ist denn deine Tegel, bitte! Ich hab' sie bis heute nählich gefunden! Da! Ach so! Ich hab' sie bis heute nählich gefunden! Ach soo! Wartet mal, lass mich mal kurz in Ruhe. Ach, Digga, ihr seid so irrenlos, ne? So, warte mal, ich muss jetzt nochmal. Tio, was tun, wenn man aus Versehen den Controller ausgeblendet hat? Was tun, wenn man aus Versehen den Controller da ausgeblendet hat? Wieso? Einblendet. Ja, ich hab ihn aus Versehen da weggemacht. Na, du musst auf das Auge oder auf das Schloss, das Schloss muss offen sein, das Auge darf nicht durchgeschritten sein. Das ist der deutsche scheiß Team, ne? Wisst du das, Enkel? Ja. Scheiße, schade. Kacke. SETTAN! Das sind nur Opfer, Alter. Ja, Johann, weil ihr Team, das verdient, der Loser-Tanz, ganz ehrlich. Als ob ich es getroffen habe. Kuешь? Ach ja, ihr seid so ne scheiß Teamer. mir egal noch mal höhere heilziger ach ja moritz ist ich doch Prozent Prozent Schilder Schilder er wirst du verdammt ja keine Ahnung auf ich mache doch gar nicht aber nicht voll tot ja meine papa leer das schloss muss offen sein das darf nicht durchgestrichen sein oh mein Gott ich hab noch nie diese Pumpern gespielt die Drachen Pumpern darf ich die mal jemanden testen ja mach euch ich hasse die glaube ich ach ok hey wenn schon wird einer Pumpern du Ormo die ist scheiße ich mag die nicht die macht halt einmal richtig fett schaden das war es dann noch hört man shittern hört man shittern hört man das Digga man hört den übelst doppelt ja natürlich das war doch krass ich stand auf der Stelle man kann die eine mal bitte schießen im Fall dann geht's danke Timo ja Johan hat dir ein Trickscope gegeben soll ich dir sagen scheiß drei Karten mir und Timo hat übrigens dazu gesagt es war nicht krass Johan da war es ja auch nicht weil er auf der Stelle stand und weil er auf der Stelle stand war es nicht ja aber es war so nicht ja 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 Kontroll hat die da drinne ja Alter man schittern Timo auf Musa tutan zu machen ok das war es einfach ne ja das war es einfach ne den ich muss jetzt nochmal was machen ich wollte eigentlich nur kurz kurz gucken ja auf jeden Fall ja 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 das stimmt sogar ja bist du traurig bist du ein trauriges Fortnite-Kiddy Mann Junge SETTEN du spielst mit Compact was kommst du für einer ja und ja Digga also das ist ja ja immer leben Lass dich nur trickshotten ok aua das ist so schlimm 30 mal mich drüber geschossen das ist ja nicht abstauben und hat das neig was willst du ich bin ein stück also bitte keine beleidigen jetzt weiß ich schon wenn ich stummen werde egal ich meine streamkarte ist ja scheiße mann um hallo nach ja war eine freundin von meiner schwester kein ding aus st immer in teams rein machen Stopp, warte, ich mach doch noch nicht bereit, weil ich noch kurz meine Spitzkacke ändern muss. Mach dir einfach bereit, Junge. Hä? Das ist ja nur meine einzige goldene Spitzkacke jetzt. Ja, warte kurz. Timo, immer noch Copyright. Das ist Copyright, Erik. Ich muss noch kurz, um... Egal. Nee, gut, irgendjemand hat doch gerade TikTok gehört, oder? Nee, ich nicht. Oma, das ist wieder da. Mein Name ist der. Hallo? Ja? Okay, das ist das Einzige, was passt. Ja, okay. Moritz, mach doch bereit. Ja, warte doch bitte, Kind. Nein. Die Predator-Spitzkacke ist einfach die Einzige goldene Spitzkacke. Nein, Flüge. Die ich habe, meine ich. Goldkönig, goldenes Zepter. Die Einzige, die ich habe. Kratzen, Kratzklingen. Ja, ich höre dir zu, aber ich will trotzdem die ganzen Dillen aufzählen. Dann noch dieser komische Hammer, Hammer der Gerechtigkeit. Ähm, Aquaman, Kacke. Junge Timo, es reicht, Mann. Das ist doch nicht Dings, das ist doch nicht legendär, das ist, ähm, Marvel. Ach so, ja, ach so, ich dachte, du meinst von der Kabe her. Junge Timo, es reicht, Mann. Ja, Mann. Ja, Timo, ich schwöre euch doch nicht. Okay, das war das Letzte, das war das Letzte. Ich habe kein Problem, was hat TikTok gemacht. Digga, hier hat doch schon wieder jemand TikToks. Ich habe, ich nicht. Dieses, ich habe kein Problem und somit auch kein Drama. Ey, mach das TikTok aus, warum er das anhat. Erik, bist du da aus? Digga, wer hat denn TikTok hier? Hä, wieso denn? Irgendjemand hat TikTok an. Ja, Moritz! Hey, wo ist das nicht, Johann? Ich bin on stream, lass es jetzt, Alter. Und wer hat ein Problem damit? Timo. Egal. Oh, Timo, es reicht, Mann. Ja, jetzt stummig. Nein, ich lasse es, ich lasse es. Ich habe es schon lange gestimmt. Ich ertätert. Na, komm mit. Also von der Farbe her ist, glaube ich, bis jetzt die Predator-Spitzhacke, äh, Gold, also, äh, Legendär, die Einzige. Kann ich so sagen. Nee, ich glaube, es gibt noch eine andere. Weißt, was ich glaube? Von diesem, äh, Gold-Skin. Welcher Gold-Skin? Ja, der so voll Gold ist mit diesen komischen Gold-Drachen. Oreo. Oder O-O-O-O-O-O. Hm, ich glaube, da hat sich die Predator-Spitzhacke auch Gold. Da liegt eine lila-de-tech oben im Big Ben. Ich werde den Big Ben abzubauen. Wer hilft mir, den Big Ben abzubauen? Ich nehme mich. Tschö. Ich liebe diese Pum. Wer fing hat den Hashtag-Controller so hart, ja. Ich meine, eine neue Lieblingswaffe. Die, die schießt halt echt irgendwie, langsam, aber die schießt schnell und macht viel Schaden. Hä? Wir hatten gerade das Gold-Mode. Hä, hat immer das Gold. Hab auch einen. Hab auch einen. Hab auch einen. Das ist noch einer. Hab noch einen. Digga, drei Kills schon. Ja, bei einem. Wie viel Kills habt ihr so? Ein. Ja, das wenig, aber die anderen. Timo, du, wie viel? Eine. Eine. Ja, man, drei, die können sie euch kommen. Ich habe mehr Kills, als ihr drei alle zusammen. Ja, mit den zwei Botsen kann ich auch. Jemand doppelt. Ja, Johann, kannst du den vielleicht leiser machen, weil das triggert echt hart. Warum guckst du den denn? Guckst du an den Mainstream? Nein, mein. Achso, damit der Erik, äh, er... Bist du? Ich wurde vom Big Bang bis zu dem Haus mit dem Dings gezogen. Abonnierer? Weiter. Ist down, Moritz? Ich bin immer für dich da. Danke. Timo. Hab ein Adkin für dich. Mach zu. Bei mir, Hilfe! Hab ihn. Da noch einer. One-Hill. Was für One-Hill? Nein, One-Hill! Hab ihn, hab ihn. Hab ihn, hab ihn. Nimm ich. Was für Jahre? Der Mate kommt safe. Ist egal. Darf ich die Tick da ran? Nö, ist meine. Ich brauch den. Timo, seine hat er gesagt. Ich hab die gefüllt, meine Fins. Ja, er hat den gefüllt. Er hat den auch gefüllt. Ja, okay. Oh, okay. Hier kommt ein Auto. Rechtes. Hier bei mir, bei mir. Schildbreak, 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 Schildbreak und zwar jetzt. Schildbreak und minus 66. Er hat nicht mal Hunden, er hat nicht mal 5, er hat nicht. Ja, hier, hier, hier. Pressure, er hilft nicht. Pressure. Er hat den Schildbreak, come on. Ja, ich hab das in. Ja, ich hab das in. Mach nur pressure. Ja, schau. Er finischt ihn. Ja, Junge. Oh, denn. Ich seh den, ich hab das in. Ich seh den, hä? Moritz, erhielt sich. Schack, Moritz, hol mich bitte. Och man, hier hat doch viel weniger Leben. Ja, ich geh offline. Ja, okay, ciao. Kann ich ja noch holen. Hä? Erik, kann ich denn mitmachen? Ach, Lukas, du bist auch da. Hm. Ja, du kannst mich auch. Ist verirrenlos.